Okay. Ach, den Schwarzen kann ich... Ah, okay, der Schwarze ist einen, den ich nicht wegkrieg. Verstanden. So, das heißt, dich kann ich da rüberziehen. Dann kann ich dich hier nämlich überspringen. Okay, ich bin gerade ein bisschen... Ne, komm, äh, nein, so war das hier hergenommen. So will ich das gerade machen. Dann nehme ich dich. Dann gehen wir hier auf blau. Kann ich dich nämlich hier rüber tun. Kann ich hier sagen lila. Geht es da rüber. Gehen wir hier wieder auf blau, schieben dich ins Eck. So, dann nehme ich hier mal auch... Nö, blau. Blau nehme ich. Nein, nehme ich nicht. Nö, nehme ich lila. Schiebe dich ganz da rüber. Die Musik ist schön, muss ich sagen. So, dann schiebe ich dich da hin. Bäm. Und dann kann man hier auf blau... Äh, nicht auf blau gehen. Boah, das ist inverse denken. Das macht mich manchmal echt fertig. Okay, also schieben wir dich da hin. Das ist alles gut. Können wir hier rüber. Komm mal hier rüber. So. Das ist ja jedes Mal das gleiche. Also da rein. Fluff. Darüber. Die schmeiße ich da runter. Bamm. Okay. Orange. Zack. Darüber. Pink. Ich will euch alle rüberschieben. Äh, orange bitte. Dann da. Da. Geht nicht. Okay. Also orange. Nein. Blau. Gut. Den schwarzen, den brauche ich nicht mehr. Der schwarze ist mir im Weg und den orangenen brauche ich, um ihn da reinzuschmeißen. Okay. Alles klar. Das heißt, ich mache jetzt erstmal... Nee. Eigentlich... nehm ich den schwarzen weg. Nehm ich den schwarzen weg. So. Jetzt geht's auf orange. Das heißt, ich nehme dich. So. Dann geht's auf pink. Schieb dich da rüber. Zack. 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 Geh hier hin und sag blau und nehme den pinken mit. Dich kann ich jetzt nämlich da unten in die Dornen schieben, damit ich das nachher überlebe. So. Und dann würde ich mal auf dich gehen. Ja komm, wir bleiben mal bei... Ach nee, warte mal. So. Dann schieben wir dich mal hier rüber. Dann schieben wir dich mal auf pink. So, dann gehst du mal auf blau und dann schieben wir dich nämlich zurück. Gut. Dann nehmen wir dich mit. Dann nehmen wir dich mit. Dann nehmen wir dich mit. So. So. Das sollte klappen. Das sollte klappen. Cheerio. Und dann können wir hier auf blau gehen. Zack. Zack. Dann können wir hier auf pink gehen. Zack. Dann können wir hier wieder auf blau gehen. Und kommen hier zur Tür raus. Dann schauen wir uns mal auf das. Alles. Dann schauen wir uns mal auf das. Wahrscheinlich war das sogar suboptimal. So. Brrrr. Okay, wie mache ich denn das jetzt? Ich muss hier den Spaß irgendwie darüber kriegen. Damit ich da unten an den Dornen vorbeikomme. So, warte mal. Was passiert, wenn ich dich da rüberschiebe? Okay. Okay. Also, zack. 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 Aber da hoch komme ich ja jetzt nicht. Gibt es hier noch irgendwas? Ah. Na, eigentlich brauche ich den Weg da oben dann ja gar nicht. So, blau. Hier runter. Dann kommst du da rüber. Die Kiste da oben brauche ich dann gar nicht. Ey, bleib mal hier. Zack, zack. Zack, zack. Okay, und dann würde ich den nochmal blau machen wollen. Gehen wir hier runter. So, die einzige Frage, die sich hier... Ah, wegen... Okay. Dann, so macht es Sinn. Ähm. Ach komm. So, hier ist lila. Dann ist da wieder blau. Dann düsen wir da wieder zurück. Dann ist hier wieder lila. Gehe ich hier hoch. Zack blau. Gehe hier rüber. Gehe hier rüber. Da geht es dann wieder auf pink. Dafür machen wir den Spaß. So. Dann wäre das hier orange. Pink. Orange. Okay. Ich muss den Spaß also wieder zurückziehen. So. Dann machen wir hier mal pink. Geht es hier wieder runter. Geht es hier wieder rüber. Dann machen wir hier wieder orange. Schieben hier die Tür rüber. Gehen da hoch. Tür auf. Blau bitte. Und durch. Okay. Oh Gott. Blau. Orange. Pink. Orange. Blau. Orange. Pink. Orange. Ich mag sowas nicht. Habe ich das euch schon mal erzählt. Dass ich sowas nicht mag. So. Orange. Blau. Pink. Okay. Alter. Zack. 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 also pink und dann machen wir da wahrscheinlich lila da schaltet man nämlich am besten gar nicht um okay wir probieren es weiter blau zack orange zack pink zack orange zack also pink zack 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 Zack. Einmal du. Einmal du. Einmal du. Okay. Ist ja nicht kompliziert eigentlich. Ja, wunderbar. 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 Ja, wunderbar.